Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Film vom Plimubi-Polizei-Kanal. Was hat der Plimubi-Polizei-Hubschrauber gesehen? Sind die Kinder auf dem Spielplatz in Gefahr? Und nun viel Spaß beim Schauen. Achso, abonnieren nicht vergessen! Ja, hier spricht die Plimubi-Polizei. Maja mein Name. Okay, ein Mann. Am Spielplatz. Okay, wir schicken Leute her. Alle mal bitte eben herkommen. Am Spielplatz wurde eine Person gesichtet, die dort nicht hingehört. Und wir wissen ja alle, dass der Krawattenmann auf der Flucht ist. Ich würde sagen, Alarmbereitschaft für alle. Aber als erstes lassen wir den Hubschrauber starten. Der soll sich einen ersten Überblick verschaffen und uns Bescheid geben. Aber geht alle schon mal zu euren Autos. Seid einsatzbereit. Wenn das wirklich der Krawattenmann ist, dann höchste Alarmbereitschaft. Der ist gefährlich. Wir geben über Funk Bescheid, wann der Einsatz startet. Falls es zu einem Einsatz kommt, achtet auf die Kinder. Sicherheit hat oberste Priorität. Okay, alle Mann sind auf Position. Jetzt kann der Helikopter abheben. Ich würde sagen, wir sehen uns auf die Kinder. Wir haben ihn schon mal ήven. Ich würde sagen, wir sehen uns mal. Wir sehen uns mal. Wir sehen uns mal. Wir sehen uns mal. Koch. Der Krawattenmann wurde gesehen. Los geht's! Kommen Sie heraus und zeigen Sie sich! Kommen Sie ganz langsam runter! Wir haben das Gelände umstellt. Sie haben keine Chance zu entkommen. Aber ich habe doch gar nichts getan. Was wollen Sie eigentlich von mir? Ja, das ist der Krawattenmann. Der ist doch erst gestern aus dem Gefängnis entflohen. Schickt als erstes den Hund weg, sonst komme ich nicht. Im Namen des Gesetzes. Sie sind verhaftet, Krawattenmann. Aber das Versteck war doch so gut. Wie konnten Sie mich bloß finden? Tja, das bleibt unser Geheimnis. Wo bringen Sie mich denn hin? Ich möchte sofort einen Anwalt sprechen. Habt ihr die vielen Polizeiautos gesehen? Ich glaube, die haben jemanden verhaftet. Hier ist vielleicht viel los. Ich habe doch gar nichts mitbekommen. Die Polizei hat meinen Anruf aber ernst genommen. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein Großeinsatz ausgelöst wird. Ja, und wie schnell die alle hier waren. Wenn ich groß bin, dann möchte ich aber auch für die Polizei arbeiten. Hier entlang. Rein mit dir in den Bus. Wir fahren dich gleich zur Polizeiwache. Vielen Dank nochmal für Ihren Anruf. Ohne Sie hätten wir das nie geschafft. Den haben wir schon lange gesucht. Und jetzt machen wir extra nochmal für die Kinder die Sirenen an. So, auch diesen Räuber hätten wir verhaftet. Bald ist unser Gefängnis voll. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Habt ihr uns schon kostenlos abonniert? Wenn nicht, holt es gleich nach. Und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr von uns. Bis zum nächsten Film. Eure Plymobil Polizei.